Wir wollen Sie die Riesenspannung, das große Showdown im Pokalfinale. Am Mikrofon, Frank Buschmann und Manni Bröck. Alle haben ja schon gespannt drauf gewartet und jetzt scheint es soweit zu sein. Der Trainer testet seinen Neuzugang und ich freue mich drauf. Mal sehen, wie er sich schlägt. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Hier wird es ausgehen. Viele Fragen vor dem Spiel. Da gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist noch eine offene Kiste. Es fällt schräg.